Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Gestern war ich ein bisschen in Hamburg unterwegs. Um das jetzt ein bisschen genauer zu definieren, war ich im Carolin-Viertel und da war ich in einem bestimmten Geschäft, wo es bestimmte Schuhe nämlich momentan zu kaufen gibt. Aber Näheres erzähle ich gleich. Und zwar habe ich mir hier, wie gesagt, neue Schuhe gekauft und ich war nämlich in dem Laden Glory Hole oder so heißt der, glaube ich. Und da gibt es momentan nämlich eine limitierte Stückzahl von den Schuhen hier. Jetzt zeige ich euch mal. Also so sieht der Karton hier aus. Hier ist die, boah, hier ist die andere Seite, so. Und, und zwar gibt es nämlich in dem Laden diese schicken Schuhe hier zu kaufen. Also dazu muss man sagen, es sind eigentlich Männerschuhe. Ich habe mir die jetzt in Größe 39 gekauft. Und die haben, lasst mich kurz überlegen, 139,95 gekostet. Diese Schuhe, die ich euch gezeigt habe, die ich mir selber gekauft habe, gibt es nur in dem Glory Hole, äh, Hall, Hall, keine Ahnung, wie der Laden ausgesprochen wirkt, äh, in dem Geschäft. Auf jeden Fall im Carolin-Viertel, da, den verlinke ich euch auch nochmal hier unten in der Infobox auf jeden Fall. Und, ja, das war jetzt eigentlich schon so das, was ich zu den Schuhen erzählen wollte. Jetzt zeige ich euch nochmal, ja, ein paar Aufnahmen, so wie die angezogenen aussehen. Freunde, das war es jetzt auch schon mit meinem heutigen Video. Ich hoffe, dass euch dieses etwas andere Video trotzdem gefallen hat. Und vielleicht kauft sich der eine oder andere ja auch die Schuhe. Sind auf jeden Fall richtig mega gut. Und angezogen, finde ich, sind die so, als wenn man irgendwie auf Wolken geht, muss ich sagen. Also mir gefallen die wirklich richtig krass gut. Und, ja, wenn euch die Schuhe gefallen haben, das Video euch gefällt, dann dürft ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Gerne dürft ihr mich da draußen natürlich zum Schluss auch noch kostenlos abonnieren, wenn ihr ab jetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet. Und, ja, jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis dann. Tschüss.